Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forger mit unserem... Ach nein, was ist denn da passiert? Mit unserem schönen, schicken, neuen Heim. Ich finde das echt putzig. So, ist das Bild wieder näher dran als vorher? Ich bin dir nicht ganz sicher. Irgendwie kommen mir die Sachen auf einmal wieder so groß vor. Wartet mal ganz kurz. Ich gucke mal ganz kurz, wo war denn das hier? Oh ne, wir sind mir dann doch zu weit weg. Dann doch lieber ein bisschen näher ran. Schön, dass es die Option hierzu gibt. Wie die letzte Folge nicht gesehen hat, es gab ja scheinbar einen ziemlich geilen Patch, der so einiges verändert hat. Von Wettereffekten bis eben dieser Zoom und auch andere Einstellungen, die man jetzt viel präziser vornehmen kann als vorher. Das ist schon ziemlich cool. Es zeigt ja auch, dass das Spiel noch immer in Entwicklung ist, dass hier noch einiges getan wird. Wer weiß, was noch so kommt. Ich nehme bald an, dass hier garantiert noch mehr dazu kommen wird. Ich glaube nicht, dass das Spiel schon am Ende der Entwicklung ist. So, euch hätte ich ganz gerne. Huch, so viele Rohstoffe. Ach, schön. So, mir wurde auch gesagt, wie ich jetzt diese Archäologie-Sachen fürs Museum erhalte. Da gibt es wohl besondere Erdhaufen, die man sehen kann. Und da sollte man dann graben. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie die aussehen. Ich würde hier kurz mal einmal durchgucken. Das da vielleicht. Wurde nämlich gesagt, das sollte hier irgendwo oben sein. Jetzt gehe ich fast davon aus, dass es das ist. Wir gucken mal gleich. Oh, so viele Elfen. Sehr schön. Ganz viele EP. Haben wir gleich wieder ein Level up und können hier direkt durchstarten. So, Schaufel. Ah, okay. Pfeile haben wir bekommen. Und hier ist auch nochmal Knochen. Okay, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Das Problem ist nur unser Inventar voll. Verdammt. Ähm, ja. Hier ist auch alles voll. Kann ich hier... Die Pfeile sind doch schon reingesteckt, ne? Von sich aus. Verdammt. Das Ding hier müsste ich eigentlich irgendwie wegschmeißen. Aber eigentlich hat es ja Sachen wegzuwerfen. Die Bench. Könnte halt die Bench noch irgendwo hinsetzen. Vielleicht können wir die ja einfach wieder absetzen und dann wieder nehmen. Ich stelle die einfach mal gerade hier hin. Hallo? Ähm, irgendwie? Nein? Dann stelle ich die wohl doch nicht da hin. Ich, ich. Warum geht denn das jetzt nicht hier? Hallo? Mache ich irgendwas falsch? Vielleicht kann ich die nicht auf den Weg hinstellen. Oh Gott. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Habt ihr das da gerade oben gesehen? Und wir haben nur ein Herz. Oh Gott. Oh oh. Habe ich hier irgendwas, womit ich Herzchen heilen kann? Nö. Doch. Oh gut. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Das hat ja ein riesiges Schwert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Es gibt neue Monster. Scheinbar. Ich muss erst mal gucken. Okay. Der macht immer einen großen Schlag. Und dann kann man aber erst mal wegrennen. Oh Gott. Ja. Schlag mal zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich darf mich hier nicht irgendwo festbanken. Okay. Der hat aber gar nicht so viel Leben tatsächlich. Oh Gott. Jetzt haut er drauf. Ich treffe den einfach nicht. Jetzt los. Okay. Haben wir irgendwie geschafft. Wow. Der hat mir jetzt mehr Angst gemacht, als das tatsächlich schlimm war. Oh. Ich. Wow. Okay. Jetzt haben wir leider unser schönes Glas Milch dafür hergegeben. Aber ich glaube, das war schon ganz richtig. So. Wir hätten ja jetzt wirklich. Ich weiß halt immer doch nicht, was passiert, wenn wir drauf gehen. Ich weiß nicht, ob dieses Bett jetzt vielleicht dafür sorgt, dass wir da respawnen. Also so wäre es halt à la Minecraft. Ich weiß es aber nicht. Es könnte durchaus sein, dass das Spiel dann einfach vorbei ist. Und deswegen war ich gerade etwas leicht panisch. Ich glaube, man hat es gemerkt. Hätte man jetzt in der Cam mein Gesicht gesehen, dann hättet ihr wahrscheinlich gut zu lachen gehabt. Okay. Wir gehen erst. Was geht's bitte? Irgendwie meine Maus ist gerade nicht so richtig gut am Bewegen. Okay. Was ist Commerz? Aus dem Inventar abgelegte Items werden sofort verkauft. Okay. Ach stimmt, wir haben den Marktplatz ja freigeschaltet. Den sollten wir auch mal machen. Stiefel und Handschuhe. Ja, vielleicht machen wir das hier mal. Das klingt ganz vernünftig. Da werden wir vielleicht besser ausgerüstet sein. Vielleicht haben wir da mehr Herzchen oder so. Amulette. Aha. Was es hier alles gibt? Ich bin immer noch beeindruckt aufgrund der Fülle der Skills einfach. Sehr, sehr cool. Mir wurde gesagt in den Kommentaren, dass unsere Vampirflügelchen ja dafür sorgen, dass wir HP wieder erlangen, wenn wir verletzt werden. Also von Monstern. Dann sollten wir die Vampirflügelchen vielleicht doch wieder anziehen. So. Sieht ja auch ganz hübsch aus eigentlich. Aber den Gameboykopf lasse ich. Ich weiß, der bringt nichts, aber ich finde den schick. Ich lasse den. Nur das mit den HP, das will ich dann doch lieber haben. Wir sollten vielleicht jetzt mal gucken, was wir da jetzt herstellen können. Wir haben ja ziemlich viel Zeug. Wenn wir da Leder brauchen, ist auch kein Problem mehr. Wir sollten hier auch mal wieder... Oh, okay. Hier haben wir gerade leider nichts. Hier, einfache Handschuhe. Okay, wir brauchen noch ein paar Knochen. Die Stiefel können wir schon mal machen. Sehr schön. Machen wir das doch. Oh, wir haben sehr viel Gold gesammelt. Oh, sehr schön. Wir haben sehr viele Ressourcen gesammelt und hier gar nichts mehr gemacht. Oh, wir brauchen Smaragd. Dann können wir auch das noch. Ich mache auch mal wieder ein bisschen Stahl. Und dann gucken wir mal eben... Äh, wo ist denn das? Hier, der Markt. Können wir direkt bauen. Oh Gott, ist das groß. Hier vielleicht. Komm, ich baue den hier oben hin. Ähm, warum geht das jetzt nicht mehr? Hallo? Achso, weil da gerade ein Stein erschienen ist, der jetzt im Weg steht. Ähm, ja doch. Ich will den aber wirklich da oben haben. So, jetzt ist frei. Gucken wir da gleich mal, was man da schickes kaufen kann. Und die Stiefel sind fertig. Bewegungstempo 25% erhöht. Oh Gott, noch schneller. Wir sind ja schon so schnell. Und wir können besser ausweichen. Ganz ehrlich, die Figur hier ist mir schon schnell genug. Ich will gar nicht, dass sie schneller wird. Hier brauchen wir Lederstahl und Knochen. Königskleidung fehlt immer noch. Ja, Königskleidung ist gerade leider nicht. Hier können wir mal wieder machen. Kann ich Münzen machen? Achso, ich gucke erst mal. Was war hier? Sand? Ja, die Flaschenkäfer. Und hier die Peperoni auch immer noch so ein kleines Problem. Ich mache mal eben erst mal das hier. So, Marktplatz. Oh Gott, ich muss erst mal. Hier sind immer extrem viele Slimes. Ich weiß gar nicht, warum die hier sich so krass sammeln. Ein Smaragd. Den brauche ich. Oh Gott, ich brauche den. Ich brauche den. Äh, warte mal. Beim Markt kann ich doch Sachen verkaufen, oder nicht? Ha. Da, haben wir tatsächlich auch verkauft. Und wir haben jetzt einen Smaragd. Das heißt, wir können nur, glaube ich, Königskleidung machen. Bin ich der Meinung, dass das jetzt gehen sollte. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Wir können Mehl kaufen. Ein goldenes Ei. Wow, ist das teuer. Und einen großen Schädel. Das goldene Ei ist sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Aber das sieht sehr cool aus. Vielleicht ja irgendwas ganz Besonderes. Keine Ahnung. Ich gucke gerade hier mal so über die Karte, ob irgendwo nochmal so ein Erd... Ach da, wir sind gerade drüber gelaufen tatsächlich. Man nimmt die echt nicht so gut wahr. So, weil wir brauchen Knochen. Um neue Sachen herzustellen. Okay, hier ist nichts weiter. Oh, ja, Glas. Oh Gott, wir brauchen einen neuen Tresor. Das geht gar nicht so. Wir haben viel zu viel Zeug. Und da ich nicht alles einfach immer rumverkaufen will... Gut, können wir uns auch locker leisten. Das ist kein Problem. Wir stehen im Weg. Wenn ich das da hinhaben will, stehen wir im Weg. So. Dann mache ich es so. Ja, da ist gerade blöd, weil da genau die Brücke ist. Aber die kann ich ja auch noch woanders hin bauen, theoretisch. Komm, ich baue die Brücke einfach neu. Okay. Ich baue das einmal einfach von hier runter. Obwohl ich... Na ja, können wir ja wieder abreißen, wenn wir wollen. Und dann einmal so. Wir haben ja genug Holz. So. Hat sich es auch direkt in den Tresor reingemacht. Sehr schön. Aber das würde ich vielleicht ein bisschen ändern. Haben wir die Knochen? Eigentlich schon, ne? Hier, die Bausachen packe ich mal rein. Die Blümchen haben wir auch noch. Kann ich die hier wenigstens raufsetzen? Ja. Ich will meinen Boden nicht kaputthauen, wenn die hier mal kommen. Ähm, hallo? Maus? Irgendwie. Ach, das funktioniert hier. Komisch. Die Bank wollte da nicht... Irgendwie... Hier kommt immer das Zeichen. Seht ihr das? Es muss ja dieses weiße Zeichen kommen und das... Hm, irgendwie wird das gerade nicht so. Nee, jetzt. Es war doch gerade da. Ich hab's doch gesehen. Okay, ich bin... Ich bin verwirrt. Vielleicht geht's da auch nicht aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären könnte. Das finde ich jetzt aber blöd, wenn da nur diese eine Blume ist. So wollte ich das eigentlich haben. Jetzt! Gott, also das wäre jetzt gerade eigenartig. Na gut. Egal. So. Weiter produzieren, bitte. Ah, die Maus hängt echt. So, ist wahrscheinlich wieder die Schuld von den Katzenhaaren. Königstahl. Äh, brauche ich... Der Königstahl brauche ich für die Königskleidung, nicht wahr? Nee, brauche ich nicht. Brauche ich Leder. Ähm, ist hier irgendwo eine Kuh? Warte, ich stelle hier erstmal gerade Sachen ein. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Kuh haben, der wir das Fell über die Ohren ziehen können. Was ich sehr cool fand, das ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich aus dem Märchen. Denn das kennt sicher jeder von euch aus. Ähm, hier, Gold machen. Ähm, Stroh zu Gold machen. Das war ja bei Dornröschen, die sich an der Spindel den Finger, ähm, ja, aufgeritzt hat. Und dadurch in den Schlag, äh, fiel. Die sollte ja tatsächlich Stroh zu Gold weben. Und das ist eigentlich das, was hier unsere Maschine macht, so mehr oder weniger. Das ist mir echt nicht aufgefallen, dieser Bezug. Weil ich mich ja gewundert habe, wie das dann gehen soll, dass man hier, ja, Stroh zu Gold machen soll. Und da ist der Bezug tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sich das dabei gedacht wurde von den Entwicklern. Wenn ja, dann ziemlich cool, tatsächlich. So, wir haben hier nochmal so ein Vieh. Wir sollten vielleicht Feuer essen. So, jetzt holen wir uns den. Ist gut, der hängt da fest. Dann können wir den. Ja, perfekt. Ganz ehrlich, das mach ich auch, weil... Der macht mir immer noch Angst. Da hol ich mir den Vorteil, wenn es einen gibt. Oh, guckt mal. Aber wir kriegen nicht die Archäologie-Sachen, die wir wollen. Immer nur so einfache Dinge. Hm, schade. Naja, gut. So, Slimes lass ich hier mal eben. Oh, das war ein Hohn. Na ja. Ich brauch aber eine Kuh. Hier sind irgendwie nur Hühner, keine Kühe. Das ist etwas schlecht. Da können wir auch Eier mitnehmen. Ich glaub, die müssen wir auch noch abgeben. Aber eigentlich hätte ich gerne eine Kuh. So. Hm. Keine Kühe da. Das gibt's doch echt nicht. Donnert es gerade? Ich hab den Eindruck, dass es donnert. Das sind nicht unser Backdoor-Laser, die Geräusche. Wow, die kommen aber echt oft. Also, das ist mir fast hier ein bisschen zu viel. Schau mal, die kann man richtig gut hier festsetzen, so in den Ecken. Ist vielleicht nicht ganz so die feine Art von mir, aber hey. Wenn's weht. Gibt's denn eigentlich... Muss ich die Sachen kaufen, bevor was Neues kommt bei dem Markt? Oder wie... Ach hier. Auffüllen in vier Minuten. Okay. Da müssen wir ein bisschen... Oh, schön. Juwelen. Hier sogar gleich zweimal. Wir haben Hunger. Ja, man findet schon coole Sachen tatsächlich. Aber... Oh, jetzt hängt's, glaub ich, wieder ein bisschen. Ne, doch nicht. Okay. Bei dem Regen ist irgendwie immer teilweise, dass es doch noch ein bisschen dann anfängt zu hängen, hab ich das Gefühl. Jetzt war's grad nur ganz minimal. Aber irgendwie trotzdem so ein bisschen. Ja, da schon wieder. Jetzt hängt's schon wieder so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich glaube eher nicht. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Da, es ist jetzt richtig langsam gerade. Aber es könnte vielleicht sein, weil der Regen ist jetzt auch viel doller als vorher. Ja, vielleicht soll das tatsächlich so sein, dass man dann langsamer ist. Ich weiß es nicht. Oder es ist einfach nur ein Fehler. Also, dass die Performance halt abkackt durch den Regen. Dass da... Dass da alles noch nicht so gut eingestellt ist. Entschuldigung, da ist mir grad die Stimme versagt, tatsächlich. So, wir könnten hier tatsächlich auch mal wieder ein bisschen Gold herstellen lassen. Ja, ich seh beim besten Willen... Ich renne hier die ganze Zeit über die Karte, weil ich tatsächlich Ausschau halte nach den Erddingern. Aber so schnell kommen die dann wohl doch nicht nach. Hier ist einer. Oh, Topaz. Sehr schön. Und da ist noch einer. Na, vielleicht doch schneller als gedacht. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Knochen erhalten. Das ist doch was. Wir sollten hier wirklich noch einen Bergbaulaser hinstellen. Würde ich ganz gerne machen. Das lohnt sich hier, glaube ich. Wartet mal. Wo haben wir denn das Ding? Bergbau. Hm. Hier so wahrscheinlich. Oder vielleicht so, dass er da oben noch ein bisschen mitmacht. So. Naja. So wäre ganz gut. Nicht so viel vom Wasser halt. Hm. Etwas schwierig gerade, sich zu entscheiden. Wir können natürlich auch hier mitten rein einstellen. Hier vielleicht. Mäh. Ich stelle den hier hin. Komm. Ich stelle da hin. Wir können die ja noch hundertfach überlappend hinstellen. Das ist auch okay. Hup. Das Vieh frisst so viel wie ich. Habe ich so das Gefühl. Aber immer noch keine Kühe. Das gibt es doch nicht. Also dieses eine krasse Monster taucht jetzt exorbitant viel auf. Aber Kühe ist gerade echt so ein Mangelware. Hm. Kann es sein, dass wir einfach zu wenig Inseln haben, die Kühe spawnen würden? Ich weiß nicht, ob das an den Inseln liegt oder wie viele Inseln man hat. Also ob es um eine bestimmte Insel dabei geht. Oder ja. Wie viele. Könnte natürlich auch sein, dass es nur darum geht. Okay, du hast sechs Inseln, ab jetzt gibt es Kühe. Oder du brauchst diese eine bestimmte Insel, dann gibt es Kühe. Keine Ahnung. Aber jetzt gerade gibt es gar keine Kühe. Wie viel haben wir denn? Wir haben 905. Ja, wir könnten uns hier ein Land kaufen. Da auch, ja. Ja, ja, wäre ich dafür. Ich würde das hier gerne anschließen. Was ist das denn? Ach, wie cool. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann machen wir uns da mal den Weg frei. Äh, ist das schon eine Brücke? Ja. Okay. Okay, das sieht irgendwie leicht gefährlich aus tatsächlich. Ich weiß nicht, ob uns die Dinger nicht umbringen, wenn wir da ankommen. Hm. Na, mal schauen. Oh, okay. Die greifen uns an. Die haben gerade mit Laser auf uns gezählt. Seht ihr? Okay. Äh, da traue ich mich tatsächlich noch nicht ran. Weil ich nicht weiß, wie stark diese Laser sind. Da würde ich eigentlich ganz gerne erstmal unsere Waffen vielleicht aufwerten. Ich mache mal hier neu. Hm. Wir brauchen hier neuen Stahl auch. Ui, wir haben so viele Rohstoffe derzeit. Wir kommen gar nicht mit den Härmel produzieren. Ja, Leder. Kann hier gerade leider nicht viel machen. Auch hier die Peperoni. Oh, einfache Handschuhe geht. Da haben wir die Knochen gesammelt. Stimmt. Dann gucken wir uns noch die einfachen Knochen an. Zwölf Sekunden, dann wird hier auch aufgefüllt. Oh, da. Leider nur Knochen. Wir haben immer noch kein Archäologiezeug gefunden. Das ist trotzdem scheinbar echt selten. Also selbst, ja, wenn man viel gräbt. Oh, da hat er mich tatsächlich aber strahlen. Handschuhe. Angrist Tempo erhöht. Oh, das ist gut. Das könnte uns da auf jeden Fall auch gleich helfen. So, es gibt jetzt Gläser. Display Case. Können wir es aber erstellen. Und grünes Pigment. Wozu brauche ich grünes Pigment? Das klingt ja so, als könnte ich meine Klamotten färben beinahe. Habe ich noch nicht gesehen, dass wir das können. Bin ich jetzt nicht der Meinung. Na, mal schauen. So, wir machen auch gleich mal ein bisschen Glas. Und ich wollte ja auch... Oh, Moment. Wow, sind wir schnell. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Das ist ja nicht nur das Angrist Tempo. Das ist ja auch das Abbautempo. Ach, wie geil ist das denn? Wir sind ja super schnell gerade. Okay, ähm. Ich wollte Landmasse. Oh, ähm. Na gut. Ein. Okay. Dann halt nur eins. Ähm. Ne, da habe ich keine Lust, das jetzt herzustellen. Mehl könnten wir vielleicht machen. Ach so. Brauche auch den Weizen, den wir zu Gold machen könnten. Nö. Nö, nö, nö. Da nicht. Boah, sind wir schnell. Ist das geil. Boah, das ist so geil. Okay. Da kam wieder irgendeine Wehe raus. Boah, hier sind immer so viele Viecher unterwegs. Bei unserer kleinen Elfe. Ähm. Ich will hier gerade... Nein. Da oben. So, ich gucke jetzt hier weg. Wir sind erschöpft. Noch ein bisschen Brot schnabulieren. So, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen mehr am Flitzen jetzt, wo ich immer gucke, ob hier irgendwo ein Erdhaufen ist. Äh, merke ich, dass es wieder deutlich dynamischer gerade geworden ist. Boah, ist das schnell. Ah, wie cool. Diese Handschuhe sind ja übelst genial. Da könnten wir sogar in der nächsten Folge vielleicht diese Viecher probieren. Ich habe echt ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, dass die einen Schaden raushauen. Oh, wir haben uns gerade verletzt durch das Vieh. Okay. Ich sollte etwas mehr aufpassen. Ja gut, wir sind auch leider schon am folgenden Ende. Dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Da oben ist auch zum Graben. Und die Kiste natürlich. Und schöne Rohstoffe gibt es da auch. Okay, wir kommen da schon noch hin. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge versuchen. Jetzt so schnell, wie wir sind, würde ich das vielleicht riskieren. Also ich hätte am Anfang einfach mal sterben sollen. Ich hätte einfach einmal kurz anfangen sollen, sterben sollen und dann gucken, was passiert. Also ob man wieder hingesetzt wird oder nicht. Naja, gut. Vielleicht wisst ihr es ja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, ob man hier dann richtig weg für immer ist. Oder ob man einfach jetzt zum Beispiel im Bett respawnt oder so. Das wäre ganz interessant zu wissen für mich. Dann wäre ich nicht so panisch, wenn irgendwas ist. Also dann Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne like dir lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.